Der Blood War ist ein endloser, kosmischer Krieg zwischen Dämonen und Teufeln im Dungeons & Dragons-Universum. Auf der einen Seite stehen die chaotischen Dämonenhorden des Abyss, die nur Zerstörung und Wahnsinn bringen wollen. Auf der anderen Seite bekämpfen die disziplinierten Teufel der neun Höllen, die unter ihrem Anführer Asmodeus eine strikte Ordnung im Multiversum errichten möchten. Beide Seiten bekämpfen sich unerbittlich, weil sie das genaue Gegenteil voneinander sind. Chaos gegen Ordnung. Dieser Krieg tobt auf den unteren Ebenen des Multiversums mit Schauplätzen wie Avernus, der ersten Hölle, wo unzählige Schlachten zwischen den beiden Mächten stattfinden. Während Dämonen auf rohe Gewalt setzen, schmieden die Teufel raffinierte Pläne und setzen auf Taktik. Manchmal rekrutieren sie sogar Sterbliche und Söldner, um die Oberhand zu behalten. Doch die Kämpfe sind erbittert, denn Teufel und Dämonen können nur auf ihrer eigenen Pläne sterben, was so viel bedeutet, dass Dämonen, die in den neun Höllen sterben, einfach nur wieder im Abyss landen und sich in die große Schlange der Schlacht einreihen. Während Teufel, die in den neun Höllen sterben, für immer sterben. Das Ergebnis des Blood Wars hat eine riesige Bedeutung. Wenn die Dämonen gewinnen, droht das Multiversum im Chaos zu versinken. Ein Sieg der Teufel aber wird zu einer tyrannischen Ordnung führen. Deshalb bleibt der Blood War ein grausames Gleichgewicht, das das Universum in Balance hält.